Gebt nur noch einen kleinen Applaus für den Schlepper! Also, hier kommen wir mal tief, wir fahren hier. Stop is, nur am Vorderreifen. So, jetzt geht's mal rauf hier auf seinen Markur. Macht hier fake it. No standard is runter. Zieht da mal das erste Protest an. Einen Meter ist es hoch. Nimmt's mal hier von der Seite am Vorderreifen. Yes! Feuern dich an. Hopp! Yes! Easy mal hier. Er dreht mal an hier. Ja, hier geht's mal rauf auf die 1,50. Hier nur im Telltap. Rüber. Ja! Und überall. Du bekommst uns eine Hilfe. Yes! Weck ihn runter. Hier, einen Funny Hop. Yes! Er braucht noch ein bisschen die Konzentration von seinem wunderbaren Funny Hop hier rauf. Und? Yes! Und jetzt rauf auf den Hänger. Geht schon? Yes! Weck Kontrolle vom Feinzel hier. Er weiß, wie das geht. Yes! Macht hier nur... los. Also, er nimmt einmal die Transition her, oder die Band hier her, dass er sich so gleich ganz ins Flat geht. Geht schon. Jawoll! Einen Applaus bitte für den Stefan und den Manuel. Da werden einmal hingebremst, wird einmal ein bisschen Angst gemacht. Er weiß, was er tut. Entspann dich ein bisschen. Er ist hier sehr angespannt. Jawoll! Und hier feuert es mal den Stefan bitte an, dass hier nichts passiert. Oh! Was kommt als nächstes? Jetzt hier auf die Schildklappe drauf. Wow! Er zieht ihn runter! Was für eine Weitkontrolle! Stefan Ehrhalter! Jetzt auch mal Stefan. 180! Über, über zwei Personen. Jawoll! Jetzt nimmt er hier ein bisschen mehr Anlauf. Bunnyhop! Bunnyhop! Ganz live! Geht das! So, Peer! Trial! Vize Weltmeister! Trial Sport! Vom Feinsten! Jetzt schon! Yes! Bunnyhop! Ganz easy! Über vier Leute! Jetzt braucht ihr schon ein bisschen mehr Schwung! Yes! Trial! I تقص! Trial! Trial! sehr schön auf der Kante, auf den Hänger, zwei Meter, hier, Flat Drop, und, oh, ja, das war aber knapp, zwei Meter ist der Hänger hoch, und jetzt geht's los, ja, 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 ja. What? 360 Drop! Wir sagen Danke, Stefan Eberharder, Drive Vizemeldmeister, Danke an das großartige Publikum! Wir sehen uns sicher mal wieder, habt's noch ganz viel Spaß hier beim Dr. Offenentür vom Landhausplatz!